Ha! Ja! Na, wie schmeckt euch das? Immer noch nicht genug? Das war gar nicht übel. Ach, komm schon! Phil, schaff sie hier raus! Tja, das ist etwas, das ihr schon selber rauskriegen müsst. Ganz genauso wie ich damals. Mal unter uns. Ich hatte Kerberos schon fix und alle gemacht, bevor der Kleine ins Spiel kam. Wow, und ich hab mich nicht mal zurückgehalten. Sora, du bist echt stark geworden. Natürlich, deine Freunde geben dir Kraft. Nicht wahr, Phil? Zusammen gibt ihr drei so richtig gute Helden ab. Und im Team besiegt ihr alles und jeden.